Annemarys Puppenklinik und Puppendoktor in Berlin ist der richtige Anlaufpunkt, wenn Sie defekte Puppenkinder, Kuscheltiere oder professionelle Theaterfiguren reparieren lassen möchten. Ich restauriere Ihre wertvollen Puppen oder Ihren alten, unersetzlichen Teddy. Wenn Sie einen tieferen Einblick in meine Arbeit erlangen möchten, belegen Sie doch einen meiner Puppenbaukurse. Ich freue mich auf Ihren Besuch in meiner Puppenklinik im Prenzlauer Berg.